Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Jetzt willkommen zurück zu Borderlands mit der Lizzy. Hallo. Wir wollen Kürbislaternen anzünden. Hier ist schon eine, aber die zählt nicht. Nee, die ist schon an. Ja. Deshalb gehen wir this way. Ach, ist nur ein Busch, verdammt. Ich hätte auf Zombies gehofft. Ja, hier komm ich. Haha, das kann ich auch rumspucken. Yay. Rocket Launcher auf Level 5, sehr schön. So gehört sich das. Ja. So, war es das? Ach, die nehmen hinten dauerhaft Schaden, das ist ja cool. Was hast du denn da tolles bekommen? Wenn du da einfach immer dran so vorbeirennst, dann denke ich mir nimmst du's mit. Was hast du denn? Das ist die Rocket Launcher. Ach so. Ja, da bin ich ja eh nicht so der große Fan von. Ach so. Huch. Ich bin runtergefallen. Was? Ich bin hier runtergefallen. Oh nein. Oh, jetzt roll ich ein Pflaster aufs Knie. Da kommt ein knallharter Trankenstein. Eh. Was? Nein. Schnell. Ach du Schande. Okay. Oh, oh. Huch. Schmeißt er mir das Fass an den Kopf? Ich glaub's doch wohl nicht. Aber den kriegen wir doch. Ja. Von wegen Elite. Von wegen Elite. Von wegen Elite. So, nee. Ähm, nee. 65. Lohnt nicht. 107. Zombiehirn. Boah, hier liegen Knochen rum. Ich könnte dich mal heilen, dann hast du wieder ein bisschen mehr Inventarplatz. Ach, jo. Ja, ja. Inzwischen habe ich ja schon einiges gebraucht. Ähm. Ich muss mich erst wieder reinfinden. Okay. In das Spielefeeling. Dinein ins Spielefeeling. Ja. Ich hatte letztens auch wieder das mit dem Ölchessong im Kopf. Ich kriege es auch schnell nicht hin. Yeah. Wie schön nachhaltig das auch Säureschaden bringt. Sehr gut. Oh, da liegt Heilung. Guck mal, ohne Medikit. Medikit. Nimm es doch. Hab ich doch. Du hast mir so auffordert gesagt. Ich habe ein Medikit gesehen. Ja. Das kann ich dafür, wenn sie das alles noch einmal kommentieren muss. So. Hallows End. Müssen wir da hin? Ich glaube schon. Ich glaube. Pumpkin Patch. Glaubst du? Pumpkins. Und hier liegt eine Waschmaschine. Ja, auffällig oft sind hier Waschmaschinen. Ja. Die sind sehr sauber. Also die Leute, bevor sie Zombies wurden, waren sehr sauber. Ich denke mal, das waren sie eher. Sie haben sie ja schließlich weggeschmissen. Also von daher. Ja, vielleicht waren die kaputt. Weißt du. Kamikaze Zombie. Ja, von rechts kommen auch einige. Wow. Ja, ich stelle mal. Wow, 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 wow. Sie müssen die vor das Geschütz kriegen. Das Geschütz übrigens mal mit anderen Sachen ausrüsten. Nicht mehr mit diesem Elektroschaden. Sie nimmt doch überhaupt keinen Schaden, sag mal. Ah, ich bin down. Ah! Nein, 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 nein. Aber ich stehe wieder. Gut, 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 gut. Shit. Boah, halt mal auf jetzt hier. Ich hätte kein Parfüm drauf machen sollen. Die kommen ja alle hinterher gerannt. Oh, da ist auch noch einer. Ich hab den Schatten gesehen. Nein! Hässlicher Bier. Ja? Ja, da kommt der Kamikaze zum Job. Oh, 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 oh. Hier war dann noch einer. Ach, Miniatur. Ach, schon wieder. Ich hör mal nur das Horn. So, ich steh schon wieder. Gut. Sauber. Haben wir das jetzt? Nee, hier noch nicht ganz. Wow. Oh. Alter, verdammt. Uh, 430. Nicht schlecht. Was ist da? Was ist das denn? 320er Schild. Kann ich nicht mitnehmen. Oh nein. Ach so, genau. Ich wollte mein Skorpion mal eben ändern. Wo ging das noch? Sondern Säurebolzen nehmen wir mal wieder. Da liegt Kohle. Was ist das? Es ist ein schlechtes Gewehr. Wollen wir nicht. Ach, jetzt. Nein. Gut. Ich konnte es nicht nehmen. Sehr schön. Hier noch. Hier noch. Pumpkin Patch. Kommen Sie mit? Ja. Heilen Sie sich auch noch ein bisschen? Äh, ja. Aber ich will erst mal eben hinterher kommen. Sonst stehe ich hier und dann kommen gleich wieder Zombies an. Hier ist alles ruhig. So. Ja, du ziehst die ja immer nur hinter dir her, ne? So. Was sind das denn für Pumpkins? So, ich zünde mal einen Kürbis an hier. Ein Licht in der Dunkelheit. Ich zünde den zweiten Kürbis an hier. Mhm. Jetzt kommt wahrscheinlich der Mega-Boss. Oh, warte. Ich will jetzt nicht mal heilen. Ja. So. Hast du schon gemacht, ne? Ja. Jack-o-Lantern. Oh, der ist ein kleiner. Den muss man wieder an irgendeiner bestimmten Stelle treffen, sonst machen wir gar keinen Schaden. Ja, vor allen Dingen. Ah, der wirft auch noch mit Kürbisköpfen. Ja, genau. Geh auf das Geschütz. Das ist eine gute Idee. Oh, Müllschaden. Wo muss man den denn treffen? Am Kopf, denke ich mir mal, ne? Ja, dann mache ich kritisch 16 Schaden. Kann es ja auch nicht sein. Ah! Steht der direkt vor mir! Geh weg! Vier, drei... Ah, lauf! Doch, klar, am Kopf. Du musst ihn genau am Kopf treffen. Ich habe ihm irgendwie über 200 Schaden gehabt hier. Okay. Äh... Ist das ja umgefallen? Wow! Ja, der kriegt Löcher im Kopf. Ah, okay. Wir müssen ihm tatsächlich den Kürbis wegschießen. Ja. Sauber! Oh, Mann! Hau mir nicht immer... Wow! Was ist das denn für ein Angriff? Äh, der brennt? Ja. Ja. Sauber. Oh, ich habe den Kürbis weggeschossen. Cool! Den er mir eben an den Kopf hauen wollte. Sehr gut! Ah, ich häng fest! Nein! Entkomme! Okay, er schwankt. Sauber! Nein! Keine Muni mehr! Ich glaub's doch wohl nicht. Oh, was macht ihr für Angriffe? Shit! Oh, das darf doch nicht wahr sein! Huh! Ich komme. Mhm! Toll! Ah! Dann hat das eben so gut geklappt und dann muss die auf dem letzten Rest noch eben sterben. Der hat aber nichts gedroppt, ne? Oh, diese welche Quest? Wo ist denn das nächste Echo? Hattest du die Leiche auch gefunden? Naja. Achso, okay. Er war die Leiche. Er war die Leiche. Ja. Alles klar. Aber warum hat der denn keinen tollen Mut, der Penner? Also wirklich. So, jetzt müssen wir wieder den ganzen Weg zurücklaufen. Yay! Aha. Puh, was ist das denn? Heil dich mal! Ja, wollte ich eigentlich gerade, aber die Waffen lenken mich immer so ab. Achso. Was gibt's denn hier? Ah! So, warte ich schon mal gucken, ob ich irgendwas verkaufen kann. Keine Muni für den Revolver. Warum habe ich die? Die verkaufe ich. Dann nehme ich lieber eine andere Sniper. Oh, schön. Das ist gut. Ein bisschen Geld gefunden. Sehr gut. Auch weg. Auch weg. Ah! Mein Kaufen. So. Ein neuer Sniper. Was ist das? 293. Nehmen wir das doch an. Davon habe ich genügend. Shotgun brauche ich eigentlich gar nicht. Raketen nehmen wir nochmal eben mit. Neh. Wie soll das jetzt hier? Kontaktgranaten brauchen wir nicht. Neh. 60.000 kostet das Speicherdeck-Upgrade. Eieieiei. Hm. Die lilanen raunen echt rein. Ja. Heilige Scheiße. Das Ding schießt Raketen. Okay. Das möchte ich eigentlich nicht weggeben. Obwohl ich vier Rocket Launcher mitnehmen darf. Überhaupt nicht übertrieben? Nein. Nein, gar nicht übertrieben. Ah, der macht. Okay. Effektiv gegen Chills. Vielleicht muss ich den gleich mal auswählen. So. Dann bin ich wieder voll einsatzbereit. Komm. Dann warten wir noch, bis die Dame fertig geschoppt hat. Mhm. Das sind so schöne Schuhe. Schuhe sind hier. Und... Da gucken wir auch gleich mal eben welche. Zack. Ah, hier Annäherungsmine braucht kein Mensch. Und dann wollte ich mal eben, bevor ich das nämlich wieder vergesse, wo war der mit Blitzschaden? Blitzschaden? Blitzschaden. 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 Äh, ja. Wieder zurück. Wieder zurück? Okay. Ja. Ach, wer braucht denn dein Gehirn? Ich lass die mal liegen. Ja, vielleicht sind die für irgendwas total wichtig. Oh, 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 oh. Hinter dir wieder. Ein Überbleibsel. Boah, schieß der mal Raketen auf mich, ey. Ich wollte es auch mal ausprobieren. Da hab ich gerade im Inventar gefunden und dachte, komm. Was? Was für ein Rohr. Oh, Mini, Mini, Mini. Mini, Mini, Mini. Und da kommt noch ein Beschmutzer. Hier ist doch noch einer, oder? War das der? Da. Ein Psycho. Wo? Ne, ist schon weg. Aber da kommt noch eine Miniatur. Ein Schockbummierter. Shit! Wow, 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 wow. Ich brauch gleich dringend ein Medikit. Alter Schwede. Nein, hau ab, du Mini. Ah! Der, der, der Mini-Zombie. Wie ein Floh hüpft da hier dagegen. Da hinten ist noch ein knallharter Tankenstein. Oh nein, echt? Ja, der kommt aber anscheinend nicht hierher oder der droht nur. Eins von beiden. Aber wenn wir da nicht hin müssen, können wir den ja stehen lassen. Nein, den machen wir. Na gut, dann machen wir den. Der hängt da irgendwie fest, ne? Ja. Cool. Ah, jetzt nicht mehr. Der sieht aber auch fies aus. Wow! Oh, was war das? Ach so. Aber die könnte man prima verkaufen. Die bringt 4000. So, wir sind völlig falsch gelaufen. Wie sich keiner mehr so auf die Waffen stürzt, ne? Ja. So, ach so. Hm, ja. Ach so, na ja. Dann. Interessiert nicht wirklich. Gibt's hier irgendwas? Was haben die denn bewacht? 31 Dollar. Och Mensch. So, wir würden uns gerne auf den Ruckweg machen, wenn sie dabei wären, Frau Lieb. Ja, ich... Ich renn... Ich hoffe, ich renn dir jetzt hinterher. Ich hoffe es. Hoffe ich auch. Dein Name kommt näher. So, jetzt müssen wir hier lang, ne? Ja, genau. Hier lang. Ja, ich lauf dir nach. Hier müsste ja noch eigentlich alles relativ ruhig sein. Weil hier haben wir eben erst aufgeräumt. Das hat nichts zu sagen hier. So, hier noch ein Hirn nehme ich mit. Suchen wir jetzt die Echos, ja? Die verbliebenen? Okay. Dann müssen wir aber wieder zurück in das andere Gebiet. Ach, herrje. Tollerweise. Hier sind wieder ein paar Zomboonen. Ach, na toll. Bitte. Piu. Oh. Piu. Oh. Piu. 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 Wie schön du die Sound-Samples machst. Ganz bezaubern. Du Arsch. Piu. Du Arsch, sagt dein Charakter. Was? Ja. Bei mir nicht. Nein, na klar. Sagt er das bei dir nicht. Piu. Er meint ja dich damit. Ach so. Wer soll dir nochmal auf deinem Rücken freihalten? Piu. 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 Kann ich mit der Sniper machen. Piu. 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 Die kann ich auch. 357. Jetzt haben wir ein bisschen Platz im Inventar. Wenn du bereit bist, initiiere ich die Reise. Ja, warte. Ich kaufe mir noch ein paar Medikits. Ja, mach das. Kann ich noch eins? Gut. Okay. Okay. Uiuiuiui. Dann initiieren wir mal. Ja. Das lädt bei mir. Nein, ich hab grad nicht getrunken oder so. Oh, mein schöner Milchschaum ist weg. Oh nein. Ihr ist zusammengefallen. So. Also wir können jetzt noch mal, wir gehen jetzt erstmal noch mal nach den Eiern gucken. Vielleicht sind die gespawnt jetzt. Die sind dann am Wasser eher, ne? Das machen wir bei der nächsten Folge. Ach so, die sind aber am Wasser dann, ne? Genau, da gehen wir jetzt noch mal hin. Diese Crows da. Dann gehen wir weiter Echo suchen. Wir danken euch fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Bye Borderlands. Mit der, oh Gott, Lizzie. Tschüss. Tschüss. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss.